Hast du dich schon immer gefragt, ob gewisse Symptome bei dir nicht eine Form der Dissoziation sind? Und kennst du vielleicht auch Formen der Dissoziation, die den Körper betreffen? Nein? Genau darum geht es ja in diesem Video. Ich bin Gabriela, du kennst mich ja vielleicht schon. Ich bin Spezialistin für Entwicklungstrauma, bin aber auch Körpertherapeutin. Und ich freue mich jetzt auf dich. Somatoforme Dissoziation ist eine komplexe Traumafolge, die sich auf den Körper auswirkt und verschiedene Formen annehmen kann. Sie entsteht als Reaktion auf Entwicklungstrauma, das in der Kindheit oder Jugend erfahren wurde. Ein kleiner Reminder für dich, was Entwicklungstrauma, einfach erklärt, eigentlich heißt. Entwicklungstrauma bezeichnet wiederholte, langanhaltende Traumatisierungen in sensiblen Entwicklungsphasen, die das kindliche Nervensystem überfordern und zu schweren Belastungen führen können. Nach ICD-11 unterscheiden wir diese dissoziative Traumafolgesymptome als somatoforme und psychoforme Dissoziation. Die Klassifizierung ersten Mal wird in einem Vier-Quadranten-Modell zur Erfassung dissoziativer Symptome erklärt und dargestellt. Und das heißt, dass sich sowohl Arzt als auch Therapeut und Betroffene können besser orientieren und sich einschätzen, einordnen und vielmehr an der richtigen Stelle zu adäquaten und angemessener Therapie ansetzen. Lass uns einen Blick darauf werfen, wie diese somatoforme Dissoziation überhaupt entsteht und was das im Gehirn wieder bewirkt. Bei somatoforme Dissoziation kommt es zu einer Trennung vom Körper und Geist. Der Körper reagiert auf die traumatischen Erlebnisse, indem er verschiedene Symptome entwickelt, die nicht auf eine organische Ursache zurückzuführen sind. Diese Symptome dienen als Schutzmechanismen, um die traumatischen Erinnerungen und Gefühle zu bewältigen. Und jetzt gleich direkt an dieser Stelle zwei, drei Begrifflichkeiten, die häufig für eine Verwirrung sorgen. Und zwar, psychosomatisch, psychogen und somatoform. Unter psychosomatischen Erkrankungen im engeren Sinne werden Erkrankungen verstanden, bei denen organische bzw. Gewebschädigungen aufzufinden sind. Psychische oder soziale Faktoren beeinflussen die Entstehung, den Verlauf und die Folgen der Erkrankung deutlich mit. Im Gegensatz dazu liegen bei sogenannten funktionellen körperlichen Störungen, also somatoformen Störungen, trotz sorgfältiger fachärztlicher Abklärung keine oder kaum nachweisbare Organbefunde vor. Welche Krankheitsbilder als psychosomatisch im engeren Sinne aufgefasst werden, ist unter Fachleuten bis heute umstritten. Viele psychische Störungen weisen körperliche Folgeschädigungen auf, z.B. Anorexie oder Alkoholismus. Also eine somatische oder somatoforme Erkrankung ist eine Erkrankung, bei der man annimmt, dass körperliche Beschwerden, die nicht auf eine organische Krankheit zurückzuführen sind, eine psychische Ursache haben. Woher kommen denn solche somatoforme Störungen? Es gibt verschiedene Ansätze dazu, woher so eine Störung kommt. Als Ursachen werden Vererbung, also Genetik, Epigenetik, Wesenszüge und Kindheitserfahrungen angenommen. Und jetzt zuletzt der Unterschied zwischen somatoform und psychosomatisch. Der Unterschied ist auch hier nicht genau definiert. Bei beiden Störungen liegen Beschwerden ohne körperlichen Grund vor und sind auf psychische Ursachen zurückzuführen. Bevor wir näher ansehen, was somatoforme Dissoziation ist, möchte ich dir zwei wichtige Botschaften mitgeben. Denn dissoziative Symptome auch im Allgemeinen bei Trauma-Folgestörungen haben innerlich für uns immer zwei Funktionen. Denn wie wir wissen, unser Körper, unser Organismus macht nie etwas ohne Sinn, nicht wahr? Und diese zwei Funktionen sind unbewusste, aber Regulation von posttraumatischen Symptomen. Und solange keine alternativen Regulationsstrategien entwickelt werden, ist es für uns Betroffene deshalb oft schwierig, dissoziative Symptome therapeutisch anzugehen. Und zweitens, die Funktion dissoziativer Symptome besteht darin, dass sie unbewusst darauf hinweisen, dass sie aktuell oder in der Vergangenheit aber Gewalt erlebt haben. Das kann passieren, wenn Worte noch nicht möglich sind und Betroffene selbst teilweise noch Amnesien für die Traumatisierungen haben. Oder wenn sie das nicht einmal erkennen, dass sie unter posttraumatischer Belastungsstörung leiden und speziell bei Belastungsstörungen bei anhaltender Traumatisierung ist es typisch. Deshalb treten dann verschiedene dissoziative Symptome oft in Situationen und an Orten auf, wo es Menschen hat, um durch die Symptome auf Gewalt hinzuweisen. Das heißt, dass unser Organismus und Körper unglaublich intelligent ist. Wenn du irgendwo die Begriffe Psychogen und Somatogen liest, Psychogen heißt nicht weiter als psychisch bedingt verursacht und Somatogen heißt körperlich bedingt und verursacht. Davor ich nochmal auf die somatoforme Dissoziation an sich eingehe, lass uns vielleicht ansehen, was strukturelle Dissoziation der Persönlichkeit ist. Denn somatoforme Dissoziation ist eine Form der strukturelle Dissoziation. Es ist sehr wichtig, dass du für dich merkst, dass seit der ICD-11 nun diese zwei Begrifflichkeiten existieren. Entweder Dissoziative Identitätsstörung oder eine partielle Dissoziative Identitätsstörung. Beide Störungen wurden in der ICD-11 neu eingeführt und hier unter dem Überbegriff der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit zusammengefasst. Nur dass du weißt, worüber vielleicht dein Arzt, Ärztin oder Therapeutin spricht. Und ein ganz entscheidender Punkt ist dabei, ob du die exekutive Kontrolle über dein Handeln verlierst oder noch behalten kannst. Etwas konkreter, Menschen, die exekutive Kontrolle über ihr Handeln verlieren, sind zum Beispiel für selbst- und fremdgefährdende Handlungen bekannt, wie Selbstverletzungen, Essstörungen, Zwangshandlungen, aggressive Ausbrüche oder Suchtmittelkonsum. Aber dieser Verlust kann auch für Alltagshandlungen, wie zum Beispiel Kochen, Reisen oder Arbeit, gelten und vorkommen. So unterscheiden wir zwei Formen der Kontrollverlust und das ist auch wichtig bei der somatoforme Dissoziation. Das teildissoziiertes Handeln gilt, wenn wir den Verlust der exekutiven Kontrolle über das Handeln mit Erinnerungen daran verlieren, jedoch aus einer distanzierten Perspektive. Das heißt, dass du ganz genau weißt, dass du zum Beispiel wieder erbrochen hast? Du kannst dich daran erinnern, aber du hattest nicht die Kontrolle darüber, das zu unterbinden. Wie oft ich das wohl erlebt habe. Über zehn Jahre hinweg litt ich unter ganz massiver Bulimie als Trauma-Folgestörung. Heute würde man es als teildissoziiertes Handeln einstufen und damals, vor über 30 Jahren, hat mir meine Hausärztin unterstellt, ich sei hysterisch. Die zweite Form des Kontrollverlusts über das Handeln heißt voll dissoziiertes Handeln, wenn wir dem Verlust der exekutiven Kontrolle über das Handeln mit gleichzeitiger Amnesie für diese Handlungen erleben. Das heißt, wenn ich diese Essverhalten, was ich gerade berichtet habe, ohne eine Erinnerung daran, das ich erbrochen habe, erlebt hätte. Und hier, daraus abgeleitet, stellt sich natürlich die Frage, die du dir wahrscheinlich auch stellst, welche innere Instanz übernimmt in diesen Situationen diese exekutive, also ausführende Kontrolle und wie wird diese innere Instanz denn genannt? Und zum Glück, in der ICD-11 gibt es eine Bezeichnung dafür, Persönlichkeitszustände, synonym dissoziative Identitäten genannt, die in der Lage sind, die exekutive Kontrolle über das Handeln zu übernehmen. Diese Erkenntnis basiert auf ausführlicher Forschung, primär in den vergangenen drei Jahrzehnten und in Studien mit Neuroimaging, die strukturelle Dissoziation der Persönlichkeit mehrfach nachweisen und frühere soziokognitive Erklärungsmodelle widerlegen konnte. Die Form und Art der Dissoziation lässt sich nicht nur durch die exekutive Kontrolle bzw. dessen Verlust unterscheiden, sondern auch vom Subjekt her, also was dissoziiere ich, was wird gerade fragmentiert und was wird abgespalten. Demnach lassen sich folgende Subtypen feststellen. Es kann sein, dass wir Emotionen und Kognitionen teildissoziieren. Es kann aber sein, dass diese Abspaltung die Wahrnehmung betrifft. Es kann möglich sein, dass wir das Muster des Erfassens ausblenden oder das Muster des Interagierens zwischen Persönlichkeitszuständen. Es kann aber auch möglich sein, dass wir Impulse teildissoziieren oder gänzliche voll dissoziierte Handlungen durchführen. Es kann aber auch dazu kommen, dass wir ein sogenanntes dissoziative Fug erleben oder Amnesien in Kindheit und Jugend und es kann zuletzt zu Amnesien in Krisen oder im Alltag heute geschehen. Wenn wir über somatoforme Dissoziation reden, dann betrifft es die Subtypen auf Ebene der Wahrnehmung, auf Ebene der Motorik und auf Ebene der körperlichen Erinnerungen. So beschreibt somatoforme Dissoziation eine dissoziative Symptomatik, die sich über den Körper, also somatoform, manifestiert. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Symptome als sich aufdrängend, belastend und unerwünscht sind, dann werden sie mit Plus-Symptomatik beschrieben. Folgende Symptome gehören dazu. Auf der Ebene der Wahrnehmung kann es zum Beispiel zu visuellen Wahrnehmungsveränderungen wie visuelle Verzerrungen, Tunnelblick, Veränderung der Sehschärfe und des Gesichtsfelds kommen. Oder akustische Wahrnehmungsveränderungen wie Dissoziative Tinnitus, Dissoziative Hyperakusis, also eine absolute Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen. Wahrnehmungsveränderungen bezogen auf das Gleichgewicht, unter anderem phobische Schwankschwindel, funktionelles Schwindelsyndrom, gehören auch dazu. Aber womöglich hast du mit zensorischen Wahrnehmungsveränderungen zu tun, Dissoziative Schmerzen, Allodynie, also gewisse Schmerzempfindung, oder Hyperalgesie, welche durch wiederholte Schmerzen entsteht, oder Parästhesien, die ja eher mit Taubheit zu tun haben, kommen dir bekannt vor. Wahrnehmungsveränderungen der Muskulatur wie zum Beispiel der Faszien und der inneren Organe wie Dissoziative Schmerzen, Fremdkörpergefühl im Rachen, sogenannte Globusgefühl, gehören auch dazu. Somatoforme, Dissoziative Plussymptome, auf Ebene der Motorik können, die Motorik der Augen betreffen, zum Beispiel Augenmuskulatur mit Problemen der Beweglichkeit der Augen, oder die Motorik der Skelettenmuskulatur betreffen, der Extremitäten und des Rumpfs, Dissoziative Krampfanfälle, oder Corea, Myoclonus, Tremor, Dystonie, nur einige genannt zu haben, und die Motorik des Kehlkopfes und des Sprechens, Dysphonie, Aphonie, Disartrie, Dysphagie, all diese Symptome können an der Motorik des Sprechens und des Kehlkopfes entstehen. Und zuletzt die Symptome auf Ebene der körperlichen Erinnerungen. Ich bin mir sicher, dass du einiges damit zu tun hast. Erinnerungen auf Ebene des Körpers, also somatoforme Intrusionen und das Empfinden von Berührungen, die mit der Vergangenheit zu tun haben, sogenannte taktile Intrusionen. Über beide Varianten werde ich ein separates Video für dich drehen. Nun, und die Liste ist ja noch nicht zu Ende, denn es kann auch dazu kommen, dass ein Ausfall von körperlichen Funktionen passiert, dann sprechen wir von Minussymptomatik. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis für dich, sowohl bei somatoforme Plussymptome als auch bei Minussymptome gilt, dass diese Symptome auch körperliche Ursachen haben können und dann nicht als dissoziativ eingestuft werden. Dafür ist natürlich dein Arzt und Therapeutin zuständig, das sorgsam die Differenzialdiagnostik durchführt. Und jetzt die Minussymptome. Es kann dazu kommen, dass wir die Verluste auf Ebene der Wahrnehmung, zum Beispiel Verminderung der Berührungs- und Drucksensibilität der Haut erleben. Das sind sogenannte dissoziative Hypothesie oder dissoziative Anästhesie. Oder die Verminderung oder Verlust der Schmerzempfindlichkeit, die sogenannten dissoziative Hippalgesie und dissoziative Analgesie. Oder die Verminderung oder Ausfall der Sehfähigkeit mit Visusveränderungen bis zur Blindheit. Und zur Verminderung oder Ausfall der Hörfähigkeit, dissoziative Hyperakusis und dissoziative Hörverlust sind zwei Beispiele dafür. Die zweite Gruppe der somatoforme Minussymptome ist die Verluste auf Ebene der Motorik. Dies kann sich äußern im Ausfall der Motorik und der Muskelspannung im gesamten Körper, sogenannte dissoziative Synkopen, wenn zum Beispiel der ganze Körper zusammensackt, verbunden mit Bewusstseinsverlust. Oder als Ausfall der Motorik und der Muskelspannung Hypotone dissoziative Stupor oder Paraplegie, Hemiplegie und Paresen. Und zuletzt als Reduktion oder Ausfall durch eine Beeinträchtigung der Stimme, Dissoziative Dysphonie und Aphonie. Ich bin zuversichtlich, dass du für dich ein oder zwei Erkenntnisse hier jetzt gewinnen konntest und dass du vielleicht auch das mehr einordnen kannst, wenn dir das nächste Mal das eine oder andere wieder mal passiert, sozusagen. Und ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen, auf deine Fragen. und ich freue mich darauf, wenn du dich meldest oder etwas kommentierst. Und ansonsten, wenn du mich das erste Mal gehört hast, dann abonniere mich. Bis zum nächsten Mal. Bis hin. Alles Liebe zu dir, Gabriela. .